so tag zusammen ich habe für euch noch mal die aufnahme mit dem 9bot gemacht mit 85 kilo die ich jetzt habe und blendet euch jetzt gleich den vergleich zwischen dem xiaomi pro 2 und dem 9bot bei der steigfähigkeit ein dann habt den 1 zu 1 vergleich das letzte video hatte ich ja aus meinem ehemaligen aufnahmen genommen von meinen vorräten und habe das zusammen geschnitten jetzt habe ich es gerade noch mal frisch aufgenommen und ihr seht den vergleich 1 zu 1 mit 85 kilo pro 2 und xiaomi ich wünsche euch viel spaß über ein abo und über ein like würde ich mich sehr freuen bis zum nächsten mal so so wow 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020